Neuer Tag, neues Glück. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Heute gucken wir uns wieder wichtige Bitcoin-Themen an. Es geht unter anderem um die Performance der Bitcoin-Spot-ETFs, was sich noch in den nächsten Tagen so ereignen wird. Wir sprechen über die wahrscheinliche Freigabe der ETH-Spot-ETFs, also wann diese Produkte gelistet sein werden. Und wir gucken uns auch noch mal Veränderungen in Bezug auf XRP an und eine sehr, sehr spannende Statistik, die zum Thema Deutschland erhoben worden ist. Deswegen schnell noch ein Dörbchen nach oben da lassen. Und du siehst hier gerade auch schon, dass wir eine wirklich positive Bewegung in den letzten Stunden hinter uns haben. 62.000 US-Dollar zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Und das ist natürlich etwas, was uns extrem optimistisch stimmt. Und dieser Optimismus, der ist eben auf verschiedenen Ebenen auch spürbar gewesen. Vor allem, wenn man sich eben überlegt, dass wir vor einigen Wochen noch bei ungefähr 53.000 US-Dollar unterwegs waren. Viele von euch haben immer wieder gefragt, naja, wann soll ich denn jetzt eigentlich investieren oder fällt Bitcoin noch weiter oder vielleicht sogar, dass der Preis kontinuierlich zu teuer war. Und da waren jetzt richtig gute Einstiegschancen, die sich dadurch ergeben haben. Die wenigsten haben das dann am Ende auch für sich genutzt, wobei viele aus der Community hier sich wirklich aktiv mit dem Thema beschäftigt haben und ihren Sparplan dann eben auch entsprechend etwas früher eben angestoßen haben. Und das scheint sich eben auch direkt gelohnt zu haben. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass eben die deutsche Regierung ihre Bitcoin-Bestände abgestoßen hat. Auch dazu habe ich in meinem letzten Video einige Positionen eben einmal aufgezeigt und ganz klar erklärt, warum das ein großer Fehler meiner Meinung nach ist. Und wir haben natürlich auch die Mt. Gox-Thematik, die hier weiter vonstatten gehen wird. Auch hier werden natürlich viele Bestände an die Gläubiger ausgeschüttet. Aber, und ich glaube, so realistisch kann man sein, das ist bereits eingepreist. Hier wird es keine großartigen Bewegungen geben, deswegen ist das ziemlich entspannt. Und wir haben natürlich gerade diese wunderbaren und positiven Daten der Bitcoin-Spot-ITFs. Da gucken wir gleich nochmal drüber. Und wir wissen zum Beispiel eben auch, dass wir hier sehr starke Liquidierungen gesehen haben. über 360 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Leerverkaufspositionen, die also liquidiert worden sind. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum wir vor allem in den letzten 24 Stunden so eine positive Veränderung gesehen haben. Und wie gerade schon erklärt, gab es natürlich eben auch immer mehr Enthusiasten, die sich mit dem Thema nicht nur beschäftigt haben, sondern die auch Chancen wahrgenommen haben. Deswegen habe ich hier einmal CryptoQuant-Daten mitgebracht. Und durch die ist gerade ersichtlich, dass die Bitcoin-Wahle den jüngsten Marktrückgang eben auf diese 53.000 US-Dollar wirklich extrem gut für sich genutzt haben. Das bedeutet, 71.000 Bitcoin im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar wurden in dieser Zeit akkumuliert, also aufgebaut und das ist in dem Fall wirklich die größte Bewegung oder die stärkste Akkumulation seit 2023 im April. Dort haben wir zum Beispiel als Vergleich diese Kollabierung von verschiedenen Banken in den USA mitbekommen. Und ja, wir sehen also eindeutig, in welche Richtung das geht. Gerade die, die wirklich viel Kapital haben und verstehen, was hier eigentlich dahinter steckt, wie das Ganze funktioniert und wie zukunftsorientiert man hier eigentlich handeln kann. Genau diese Investoren haben sich eben dazu entschieden, Bitcoin-Bestände aufzubauen und das in einem ziemlich großen Maß. Und die profitieren heute schon davon, 53.000 oder 54.000 US-Dollar pro Bitcoin auszugeben und direkt einen Anstieg auf 62.000 US-Dollar relativ zeitnah zu sehen. Das macht natürlich richtig Freude. Und da ich auch immer wieder die Frage bekomme, naja, wo kann ich mich jetzt eigentlich austauschen zum Thema Bitcoin, zu solchen Daten, wo kriege ich Neuigkeiten und so weiter mit, natürlich in Form von diesen Videos. Aber alternativ kannst du gerne auch mal unten in die Videobeschreibung reingucken. Dort findest du nämlich diesen Telegram-Kanal und der ist deswegen gegründet worden, um eben eine wunderbare Austauschplattform eben zu bieten. Also wenn du in deinem Umfeld niemanden hast, der sich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen allgemein beschäftigt, dann ist das hier der richtige Ort für dich. Wir sind hier extrem freundlich, super aktiv und vor allem für dich da. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du unsicher bist, wenn du einfach noch mal eine zweite, dritte, vierte Meinung haben möchtest, dann ist das hier die richtige Gruppe für dich. Deswegen schau gerne mal unten in die Videobeschreibung. Und wie gerade schon erwähnt, möchte ich natürlich auch auf die verschiedenen digitalen Anlageprodukte eingehen. Wir haben bereits im Jahr 2024 einen neuen Rekord erreicht. Auch darüber habe ich bereits in der Vergangenheit gesprochen. 17,8 Milliarden US-Dollar wurden in diese verschiedenen Produkte investiert. Und dieses Kapital wird dann natürlich auch dazu genommen, um eben Bestände aus der Circulation Supply zu kaufen. Und aktuell sind es natürlich vor allem eben Bitcoin-Spot-ETFs, die hier die treibende Kraft sind. Aber wir werden eben noch neue und weitere Produkte bekommen, wie zum Beispiel einen EDH-Spot-ETF oder sehr wahrscheinlich eben auch einen Solana-Spot-ETF. Aber auch darauf gehe ich gleich noch mal in Ruhe ein. Und wenn wir uns wirklich die Daten der letzten Woche angucken, dann sehen wir hier gerade schon Inflows in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar. Das ist die fünftgrößte wöchentliche positive Veränderung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben oder beziehungsweise seit dem Start dieser digitalen Produkte. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Das bedeutet nämlich auch, dass diese ganzen Institutionen, die sich eben über diese verschiedenen Dienstleister hier Bestände eben kaufen, beziehungsweise Anteile kaufen, dass die eben die Perspektive haben, dass eine Korrektur wirklich nützlich sein kann. Ich kann halt einfach wirklich deutlich stärker aufbauen und das eben zu einem günstigeren Preis. Und deswegen lohnt es sich eben, genau solche Bewegungen für sich zu nutzen. Und das finde ich eine ziemlich spannende Thematik. Ich persönlich hätte mal geglaubt, dass die Institutionen zwar interessiert daran sind, natürlich zu investieren, aber dass sie wirklich die Kurse in dieser Form und in dieser Intensität eben mitverfolgen und nicht nervös werden, Das ist natürlich ein super positives Zeichen und erfüllt mich natürlich auch mit Hoffnung, dass wir in Zukunft ähnliche Situationen immer mal wieder erleben können. Und weil wir gerade auch über das Thema ETH gesprochen haben, da gibt es gerade eine ziemlich positive Veränderung. Wir haben nämlich wieder die 3.300 US-Dollar pro ETH überschritten. Und nun gibt es immer mehr Meldungen hier von Nate Garcia zum Beispiel, dass wir im Laufe der Woche hier die Freigabe sehen werden. Auch ein sassal.eth hat sich dazu geäußert. Es gibt also immer mehr Quellen, die sich zu dem Thema äußern und sagen, in dieser Woche ist es endlich soweit. Die SEC wird dann scheinbar die Produkte handelbar machen bzw. die Freigabe erteilen. Und dann wird es natürlich noch eine entsprechende Karenzzeit geben, bis dann diese Produkte auch wirklich bei diesen verschiedenen Anbietern verfügbar sind. Wir haben eben Fun Egg, wir haben 21 Shares und viele weitere, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und man geht eben davon aus, dass innerhalb von kürzester Zeit 10 Milliarden US-Dollar und noch mehr in diese Produkte fließen werden. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, dann werden wir natürlich auch bei ETH eine sehr große und positive Bewegung sehen. Und dann haben wir eben auch das Potenzial, hier deutlich höhere Werte dann zu erreichen. So wie wir es eben auch beim Bitcoin miterlebt haben, wird es dann sehr wahrscheinlich, wenn es so positive Bewegungen gibt, eben auch einen klaren Preistreiber hier gehen. Und ich habe auch schon darüber gesprochen, dass wir uns ja mal die Thematiken rund um XRP angucken. Auch hier habe ich sehr spannende Neuigkeiten gefunden. XRP ein Projekt, da scheiden sich die Geister, das verstehe ich absolut. Aber ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich in den letzten zwölf Monaten eigentlich passiert, nachdem das Gerichtsverfahren erst einmal eingestellt worden ist und XRP nicht als Wertpapier deklariert worden ist. Und ich glaube, wenn wir uns mal die letzten zwölf Monate angucken, dann ist, glaube ich, eindeutig erkennbar, dass wir hier ein Minus von über 25 Prozent gesehen haben. Wir haben zwar temporär, nachdem eben dieses positive Urteil verkündet worden ist, einen Anstieg gesehen. Den kann man hier hinten noch so ein bisschen erahnen, auf knapp 80 Cent pro Coin. Aber das hat sich überhaupt nicht gehalten. Und trotzdem hat man natürlich weiter versucht, die eigene Position deutlich zu verstärken. Der gute Stuart Eldorati hat sich nämlich auch dazu mal geäußert. Das ist nämlich der Chief Legal Officer von Ripple. Und der betonte nämlich, dass wir hier einen Präzedenzfall für andere Kryptowährungen haben. Oder man das so gesehen hat. Und er kritisierte natürlich auch dabei vor allem die Haltung der SEC, wie man an die Sache herangegangen ist und so weiter. Und trotzdem haben sie es nicht hinbekommen, wirklich Traktionen zu bekommen. Das ist natürlich alles andere als positiv für alle Investoren, die am Ende eben auch XRP-Bestände halten. Und trotzdem versucht man natürlich auch hier weiter eben gegen die SEC zum Teil eben auch vorzugehen. Ich bin sehr gespannt, ob es tatsächlich irgendwann dazu kommt, dass XRP und eben auch alle bestimmten und verschiedenen Bestandteile technischer Natur dann eben auch genutzt werden, um XRP preistechnisch eben auch auf ein anderes Niveau zu hieven. Aktuell sieht das nicht so aus. Und deswegen muss man tatsächlich einfach mal die Situation hin und wieder hinterfragen und sich eben auch die Frage stellen, ob das tatsächlich the way to go ist. Ja, die Ideen sind immer total gut. Wenn es aber um die Umsetzung geht und um die Massenadoption, die wir ja quasi zwangsläufig brauchen würden, dann sieht es gerade nicht allzu gut aus. Ich glaube, das ist so die realistischste Perspektive zu dem ganzen Thema. Und da würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Ich weiß, es ist sehr kontrovers. Deswegen schreib sie gerne mal unten in die Kommentare. Und wie gesagt, ich habe auch noch eine Statistik mitgebracht, die ich gefunden habe. Und zwar geht es hier um das Thema Vermögen in Deutschland. Es geht ja eigentlich bei der Studie auch um Nordamerika, Westeuropa usw. Und aus der Studie kam eben quasi heraus, dass wir hier natürlich eine ungleiche Verteilung haben. Ich glaube, das ist etwas, das wir bereits wissen. 2,1 Billionen US-Dollar liegen bei ungefähr 23 oder sind 23 Prozent des gesamten Vermögens. Und diese liegen eben bei sehr, sehr wenigen Menschen in Deutschland. Ich glaube, das ist ganz eindeutig. 550.000 Menschen besitzen derzeit mehr als eine Million US-Dollar an Finanzvermögen. Und dann haben wir hier 66,5 Millionen Deutsche, die weniger als 250.000 Dollar an Finanzvermögen besitzen. Das ist natürlich alles andere als schön. Wobei wir ja mit Bitcoin und mit Altcoins das Potenzial haben, diese Lücke immer weiter und kontinuierlich zu schließen. Ich glaube, das ist eben auch realistisch. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß eben, welche Chancen damit einhergehen. Ich fand es aber extrem verrückt und eben auch negativ, eben mit zu beobachten, in was eigentlich laut dieser Statistik, die wir hier von der Schweizer Bank UBS eben sehen, in was dann eigentlich investiert wird. Wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass wir uns bestens mit dem Thema Kryptowährungen auskennen, große Positionen vielleicht sogar aufgebaut haben, weil wir einfach wissen, was wir hier tun. Aber es gibt natürlich auch viele, die das nicht tun. Und ich meine, wenn wir uns hier die Daten mal angucken, dann ist das absolut verrückt. Wir haben hier die Vermögenden und Wohlhabenden, die dann eben zum Beispiel natürlich Richtung Kapitalmärkte unterwegs sind oder sich mit dem Thema Private Equity beschäftigen. Auch dafür muss man natürlich bestimmte Hürden nehmen und das geht nur mit einer Menge Liquidität. Auf der anderen Seite haben wir dann die weniger Vermögenden, die investieren dann zum Beispiel ja ihr Kapital oder haben ihr Kapital dann in Höhe von oder in Form von Bankguthaben. Das ist natürlich fragwürdig in Form von Bargeld, ist natürlich super fragwürdig. Die Inflation nimmt die ganze Kaufkraft einfach und da ist es natürlich viel, viel sinnvoller und zukunftsorientierter, eben Bitcoin zum Beispiel im eigenen Portfolio zu haben oder zum Beispiel in Form von Versicherungen oder zu Lasten oder allgemein zu Lasten der Rendite. Also hier sind viele Sachen, Konsumkredite sind da noch gar nicht mit drin. Also grundsätzlich sieht man, dass das hier natürlich Sachen sind, die man eigentlich gar nicht umsetzen sollte. Ich würde jedem davon abraten und ich glaube, du würdest mir da eben auch zustimmen. Und das zeigt eben leider auch wieder, wie wenig Finanzbildung an vielen Ecken und Enden einfach vorherrschend ist, wie wenig Perspektive die meisten haben, wie viel Ängste die meisten eben auch haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, eben sich auch mit den richtigen Menschen auszutauschen, die eben einen Schritt schon weiter sind, um eben auch die nächsten Schritte gehen zu können. Und deswegen gibt es eben auch unter anderem diese Gruppe hier. Also ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass sich gerade mit Bitcoin richtig viel passiert oder beziehungsweise dass dort wieder richtig viel Bewegung eben auch herrschend ist. Und zwar sehen wir einen Preisanstieg auf über 62.000 US-Dollar. Wir haben über die Gründe gesprochen. Dann haben wir natürlich uns auch mal mit angeguckt, wie jetzt eigentlich die Wale agiert haben. Die haben massivst davon profitiert. Wir haben natürlich über die digitalen Anlageprodukte gesprochen, die in den letzten Monaten kontinuierlich akkumuliert worden sind. Hier haben wir neue All-Time-Highs erreicht. Dann haben wir über ETH und über den Launch der ETH-Spot-ETFs gesprochen. Dann ging es um den Rückblick in Bezug auf Ripple und auch in Bezug auf XRP. Und meine persönliche Meinung natürlich auch dazu. Und dann haben wir noch über eine Studie in Bezug auf Deutschland gesprochen. Und auch hier gibt es natürlich eine ganz klare Perspektive zu dem ganzen Thema. Und am Ende hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen haben sollte, gerne noch schnell einen Daumen nach oben da lassen. Gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Das wäre natürlich richtig wunderbar. Ansonsten gerne auch morgen wieder mit einschalten. Und auch morgen gibt es natürlich das nächste spannende Video. Ich freue mich auf dich. Hab noch einen wunderbaren Tag. Und dann sehen und hören wir uns morgen wieder.